Wenn Sie sich ein geräumiges Auto wünschen, dann schauen Sie sich diesen Dacia aus dem Baujahr 2019 an. Mit dem Benzinmotor und dem manuellen Getriebe ist dies ein fantastisches Auto für noch viele Kilometer. Im Fahrzeuginnern dieses Dacia finden Sie unter anderem eine Klimaanlage, einen Bordcomputer und Servolenkung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017